Die Taube. Hey bros, warte gehts mit Battleville 1, ja und da gehts auch dabei und da 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 die Taube. Ich hab die Taube, tschüss. Direkt mal am Anfang. Ich hab gerappt am Anfang. Ich hab gerappt. Das war ein krasser Rap, Yannick. Ja, ne? Ja, ich bin... Habt ihr gewusst, dass ich rappen kann? Oh, da unten direkt einer. Komm, Maximilian. Nice, ich hab einen. Oh! Pass auf, da unten ist noch einer. Der ist im Haus, aber du könntest runterjumpen und mich heilen. Der geht jetzt nämlich hoch. Komm, hol mich, hol mich! Feind getroffen. Hol mich, Yannick! Hol mich! Komm! Sei cool! Du läufst weg von mir. Hol mich! Taube freigelassen. Ich bin tot, tut mir leid. Ich war nicht voll konzentriert. Da ist sich die Taube rausgefördert. Die Taube ist ein Arschloch. Ja, dumme leid. Warte, letzte, letzte, letzte Folge hab ich dich gelobt. Jetzt muss ich sagen, du bist ein Arschloch. Ja, tut mir leid. Wo war der jetzt? Wo war der jetzt? Da, 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 da. Da, 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 da. Bam! In, jawohl. Da, 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 da. Sehr nice. In die Hüfte! Geschossen. War da einer? Ja, da war einer. Und der hat sie dir hoch. Scheiße. 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 Voll ins Knie. Headshot. Oh. Oh. Oha. Verzeihung. Wir haben mich vergast. Die haben dich vergast. Ja, ich lebe auch noch. Aber die wollen mich vergasen. Äh. Ich hab was gegen vergasen. Dein Schuld kommt nicht heil. Ja, da kommt gleich einer. Der ist um die Ecke da. Ich sehn. Pass auf, Janik, wenn du zu mir kommst. Ja. Ich muss warten, bis das Gas weg ist. So lange bin ich außer Gefecht. Jetzt ist das Gas weg. Jetzt bin ich wieder nützlich. Oh. Scheiße. Du könntest gerne kommen und mich heilen. Also ich hab die nächste Gegend. Der Feind hat die Taube freigelassen. Ah. Die Taube hat die Nachricht des Feindes. Ich hab die Traube. Die Traube hab ich nicht gefunden. Oh. Jetzt weiß ich wo es. Kann ich mir sehen. Scheiße. Oh fuck. Weg hier. Scheiße. Weg. Weg. Tja. Kannst du mich holen? Oh. Ich bin irgendwo in den Trümmern vom Haus. Alter. Mein Haus wurde weggebombt. Ich bin tot. Die haben mein Haus weggebombt. Oh shit. Ja. Da passiert mich Leute wie dir. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Dein. Der Baum fällt einfach rum. Du bist einfach zu fett, Janik. Du hast den Baum umgehauen. Wow. Fick dich. Ohne Spaß. Schlimm. Der Feind hat die Taube geworden. Ich bin bestimmt schöner als wie du. Als wie du. Ja. Im Deutsch kannst du auch besser als wie ich. Weißt du. Wenn jemand von Silvia aus Verzahn ist. Wenn du jetzt sagst wie, dann sagt irgendjemand das heißt als. Und wenn du als sagst, dann sagt irgendjemand das heißt wie. Darum sag mal als wie. Dann machte nichts falsch. Genau. Ich habe mich voll verstanden was du meinst. Hast du mich wenigstens verstanden? Ich verstehe die Hälfte nicht was du laberst. Deswegen keine Ahnung. Wieso verstehst du mich? Nice. Hey komm. Gib mir Support alter. Komm her. Komm als Sunny. Ja ich komme. Ich habe Wachsoldat. Ich komme. Ich bin ins Wachsoldat. Ja. Mit dem fetten EMG. Also support mich ein bisschen. Das wäre sehr nett von dir. Oh pass auf dass uns erstmal hier keine Bomben auf den Kopf fallen. Du stirbst gleich fresse. 3 HP. Okay komm. Die Taube. Kann ich auch die Taube? Da ist einer. Einer links von dir im Gebäude. Kannst du mich heilen? Gleich. Heile mich hoch. Was? Na warte ich bis du kommst. Ich bin zu weit weg. Ja ich muss warten. Ich bin tot. Ich heile mich nicht. Ja ich komme. Beheil dich bitte. Schnell. Ich bin unterwegs. Schnell. 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 Ja ich kann schneller rennen. Warum bist du nicht bei mir überhaupt? Jetzt bin ich tot. Ich konnte nicht bei dir spawnen. Scheiße. Umsonst Wachsoldat. Ja wow alter. Schluck doch noch mehr du dreckige Fotze. Ich habe dann jetzt auch zurückgemerzt. Die konnte doch spawnen bei dir. Ich habe dann von hinten das Beil reingehauen. Keine Ahnung. Scheiße. Scheiße. Scheiße die werden das ist ja auch. Richtig alles richtig scheiße. Nicht dass die das jetzt. Der Feind hat die Taube freigesetzt. Fuck ich hätte fast getroffen. Tja das war jetzt ein krasser Verlust. Das war jetzt echt kacke. Die Runde ging verdammt schnell. Und wir haben verloren. Tja. Was willst du machen? Na gut Leute. Dann halt einfach mal eine kurze 5 Minuten Folge. Für zwischendurch ist ja auch egal. Die Runde ging doch 5 Minuten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Was willst du machen? Haut rein Leute. Danke fürs Zusehen. Oben könnt ihr gerne jetzt abonnieren. Wenn ihr Bock habt. Der andere Video soll ich reinziehen. Um Janik vorbeischauen. Und so weiter. Unten Like da lassen. Schreibt im Kommentar. Hashtag die Runde war scheiße. Oder Hashtag Janik. Was machst du da für einen Scheiß. Heil meinen Daniel. Irgendwie sowas. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.